Hey, wie geht es jetzt eigentlich mit deinem Kanal weiter? Machst du noch Let's Plays? Bist du noch vegan? Was machst du denn jetzt alles? Das und viele Fragen werde ich jetzt für euch beantworten. Also, bleibt dran! Ja, die ersten beiden Videos haben es bereits vermuten lassen. Meine Let's Play-Zeit ist leider vorbei. Und das liegt eher nicht daran, dass ich überhaupt keine Lust mehr auf Let's Plays habe, sondern dass ich finde, dass der Markt extrem übersättigt ist und ich in letzter Zeit auch nicht mehr so viel spiele wie früher. Das war früher so ein bisschen mein Lebensinhalt quasi. War es nicht episch, wie wir zusammen die Citadel erkundet haben? Wie wir gemeinsam den Rebellen in den Arsch getreten haben? Wie wir vor den Necromorphen weggerannt sind und dabei geschrien haben und völlig aus dem Häuschen waren? Es war eine awesome Zeit, aber meine Let's Play-Zeit ist einfach vorbei. Aber ich sage euch, was euch stattdessen auf meinem Kanal erwartet. Und ich hoffe, dass die meisten von euch wegen mir hier sind und nicht nur wegen der Spiele. Das wäre wenigstens schön. Genauso wie Zeiten sich verändern, verändern sich auch Menschen. Und ich habe mich in den letzten zwei Jahren sehr verändert. Ich habe ein Studium angefangen und das richtig durchgezogen, so mit Ambitionen zu Hey, ich will in jeder Arbeit eine 1,0 schreiben. Am Ende hat es dann doch immer nur für eine 1,7 gereicht oder eine 2,3. Aber ich habe mich bemüht und da ist YouTube ein bisschen zu kurz gekommen. Das möchte ich aber definitiv wieder rückgängig machen bzw. ich will unbedingt wieder Videos machen. Aber ich habe mich verändert. Ich habe ganz viele neue Interessen und ich möchte euch auf jeden Fall daran teilhaben lassen. Und deshalb mache ich heute dieses Video. In Zukunft wird sich mein Kanal in folgende Bereiche gliedern, wie ihr bereits auf meinem Kanal-Banner da oben bzw. auf meinem Kanal sehen konntet. Die Bereiche sind Food, Do-It-Yourself, Vlogs und Nerd-Kram. Im Bereich Food erwartet euch die neue Rubrik Health Plus One. Da poste ich immer mal wieder entweder Rezepte oder hey, cooles neues veganes Zeug und wie ich mich jetzt ernähre und was da so meine Ambitionen sind. Und die meisten von euch wissen glaube ich auch, dass ich ein sehr großes Problem mit meinem Gewicht habe und zwar schon so ungefähr seit meinem 8. Lebensjahr. Als ich dann 13 war, habe ich insgesamt 30 Kilo abgenommen, bin auf 60 Kilo gekommen, fühlte mich aber nicht wirklich wohl damit. Und ja, als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, irgendwann, als ich 18 war, habe ich das alles stetig wieder zugenommen. Und darauf folgten dann ständige Abnehmen- und Zunehmen-Orgien und es ging immer hoch und runter. Wahrscheinlich auch, weil ich dann halt nicht mehr zu Hause das von Mama bekommen habe zu essen, sondern ganz viel selber gegessen habe. Und meine Essens-Journey, meine Reise quasi, ja, dauert jetzt schon ungefähr 10 Jahre an. Viele von euch wissen auch aufgrund der Videos auf meinem Kanal, dass ich das Programm von Attila Hildmann ausprobiert habe. Ich war zwei Jahre vegan und bin jetzt auch immer noch zu 80% vegan bzw. vegan-vegetarisch unterwegs. Und nur ab und zu mal irgendwie ein Stück Fisch oder ein Stück Fleisch. Und jetzt sagen alle, Fee, wie kannst du das machen? Und das an anderer Stelle, das gehört jetzt hier nicht hin. Hier will ich jetzt nur kurz umreißen, was euch erwartet. Ja, das alles erwartet euch im Bereich Food. Auch unter anderem Videos zu, das ist dein Lieblingsprodukt, was ist da überhaupt alles drin? Was bedeutet Mononatrium-Glutamat? Das bedeutet E624. Was heißt das? Solche Dinge zum Beispiel interessieren mich brennend und interessieren euch vielleicht auch. Und dann bildet ihr euch weiter. Also ich versuche euch zu bilden. Ha, das erwartet euch im Bereich Food. Vielleicht auch noch andere tolle Dinge, wir werden sehen. Oder vielleicht macht ihr auch mal ein paar Vorschläge, was euch so einfällt. Ich plane dann noch eine neue Videorubrik, die ich euch noch nicht verraten werde. Aber ich kann euch sagen, sie wird verdammt lustig. Also dranbleiben. Die nächste Rubrik, das ist Do-It-Yourself. Da bleibt alles beim Alten. Ich werde viele Do-It-Yourself-Nerd-Crafts posten. Ich werde auch mal ein normales Do-It-Yourself-Projekt posten. Ich werde vielleicht auch mal eins featuren. Da habe ich mir auch schon eine ganz besondere neue Rubrik für euch ausgedacht. Nämlich Pinterest vs. Real Life oder Tumblr vs. Real Life. So quasi nach dem Motto, hey, guckt mal auf Pinterest, sieht das toll aus. Kann das ein normaler, realer, halbwegs begabter Mensch eigentlich nachbasteln? Ja, das wird witzig. Vielleicht fällt euch da ja auch die eine oder andere Idee zu einem Video ein. Ich bin gespannt. Die Kommentarbox, meine Kommentarbox. Alle Kommentare zu mir. Die nächste Rubrik, das sind Vlogs. Und naja, Vlogs erklären sich von selber. Mal mache ich ein Vlog zum Thema, Boah, das geht mir alles auf den Sack und alles ist scheiße. Und mal mache ich ein Vlog zum Thema, hey, kennt ihr schon das? Oder, hey, ich habe heute tolle Dinge erlebt. Auch Vlogs zum Thema Lieblingsbücher. Mein eigenes Buch. Viele von euch kennen das vielleicht. Hier könnt ihr ein Kapitel Probe hören. Das habe ich eingesprochen. Und ich schreibe auch immer noch fleißig daran. Aber es hat sich viel an der Struktur des Buches und an den Charakteren getan. Daran habe ich nämlich sehr lange gearbeitet. Und ja, da gibt es auch bald Updates. Vielleicht auch mal das eine oder andere Vlog zum Thema, wie schreibe ich eigentlich selber? Wie bringe ich Charaktere to life? Es leeebt! Die letzte Rubrik, das ist Nerdkram. Und unter Nerdkram lässt sich einiges verstehen. Ich will euch nicht anlügen. Ich möchte eigentlich keine Let's Plays mehr machen. Aber ich plane ein Format im Sinne, wie ich das damals gemacht habe, beziehungsweise mal angefangen habe mit dem Indie Monday. Unter dem Namen vielleicht Indie Yay oder Indie Nay. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ja Namensvorschläge dafür. Ich werde Indie Games auf Steam testen, die es da zum Beispiel für 3 Euro gibt oder so. Und jetzt mögt ihr sagen, naja, für 3 Euro, wenn ich da mal ein blödes Spiel kaufe, ist ja vollkommen egal. Ja, aber vielleicht nicht, wenn ihr davon 10 Stück kauft. Und dann habt ihr da 30 Euro ausgegeben. Und dafür, für diese 30 Euro, hättet ihr das geile Indie Spiel haben können. Und ja, ich würde diese Spiele dann mal probetesten und mir die angucken, so für eine halbe Stunde. Und die mal so ein bisschen rein, let's playen. Das heißt, diejenigen unter euch, die nur wegen meiner Let's Plays hier sind, werden da auf jeden Fall, ja, auch Let's Plays sehen in Kurzform. Immer so eine halbe Stunde und dann so ein kleines Fazit von mir kriegen. Und ihr könnt reinschnuppern, Indie Games. Und wie immer sind natürlich Vorschläge für irgendwelche Indie Games, die ich testen soll, sehr gerne in den Kommentarboxen gesehen. Ha! Außerdem gehört zur Rubrik Nerdkram ein neues Format, das ich im Moment plane. Und ich warte wegen des Streiks der Deutschen Post immer noch auf mein Paket aus China. Wahrscheinlich lag es schon längst beim Zoll und ist jetzt wieder zurückgefahren worden zum Hafen, um es wieder nach China zu verschiffen, weil es niemand abgeholt hat. Man weiß es nicht, wo die Pakete im Moment alle noch rumschwirren. Oh Gott, habt ihr auch so Probleme wegen des Poststreiks gehabt? Ich feuerfrei in den Kommentaren. Ich plane nämlich in diesem Format, die Katze versucht, die Tür zu öffnen. Aber ich habe sie abgeschlossen. Dieses Format wird nämlich auch Tests beinhalten zu diversen Nerddingen. Aber um was es sich da genau handelt, das möchte ich noch nicht verraten. Etwas ganz Besonderes habe ich mir für dich ausgedacht. Ja, genau du. Beziehungsweise eigentlich für euch alle da draußen. Für dich und dich und dich und dich und dich. Ja. Tja, wie mag diese große Überraschung wohl aussehen? Ich habe sie hier. Tada! Das ist euer Abonnenten-Wunsch-Glas. Bitte ignoriert den Ring vom Ringlicht auf diesem Glas. Das Abonnenten-Wunsch-Glas hat folgende Bewandtnis. Jedes Mal, wenn einer von euch einen für mich realisierbaren Video-Wunsch unter irgendeinem Video postet, werde ich das sehen. Ich werde es abschreiben beziehungsweise ausdrucken und in dieses Glas werfen. Und am Ende einer Folge, beziehungsweise am Ende vielleicht jeder zweiten Folge, ziehen wir live noch im Video das neue Videothema fürs nächste Mal. Am Ende hoffe ich dann, dass ich ein ganzes Glas voller Vorschläge habe. Und wer weiß, vielleicht wird ja schon das nächste Mal deine Video-Idee gezogen. Und ich werde sie dann umsetzen. Mir ist es besonders wichtig, dass ich nah an euch, meinen Abonnenten, bin. Weil ihr mir sehr wichtig seid und weil die meisten Dreiviertel, fast alle von euch, mir zwei Jahre die Treue gehalten haben und immer viel Geduld bewiesen haben und immer gesagt haben, ach ja, komm, die Fee kommt schon irgendwann wieder. Und ihr habt so nette Kommentare geschrieben. Ihr wart so lieb und habt geschrieben, ach Fee, das macht doch nichts. Ordne erstmal dein Leben und zieh dein Studium durch. Und Real Life ist immer wichtiger. Und ich habe mich so darüber gefreut, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet hat. Und deshalb, weil ich das so toll fand von euch, möchte ich euch an der Gestaltung dieses Kanals mitwirken lassen. Ich möchte, dass ihr die Videos bekommt, die ihr gerne sehen wollt. Und ja, auch wie gesagt, bitte keine Let's Play-Wünsche, aber wenn ihr Let's Test-Wünsche habt, dann immer her damit in die Kommentare. Ich freue mich. Ja, dann lasst mal eure Fantasie spielen. Und jetzt, weil es so schön war und weil das Video sich dem Ende neigt, werden wir ganz live das neue Videothema fürs nächste Mal ziehen. Eigentlich ist es schon fast gemein, weil nur ein Zettel drin ist. Aber die Spannung wollen wir uns trotzdem nicht verderben lassen, oder? Und jetzt ziehen wir live die Idee fürs nächste Mal. Ich mache es besonders spannend. Jetzt bräuchte ich so ein Geräusch wie beim Lotto-Zahlenziehen. Okay. Und die Videoidee beziehungsweise das Videothema fürs nächste Mal kommt diesmal von Fai Paul, der geschrieben hat, kannst du mal die Tipps, die der Sushi-Chef dir verraten hat, posten? Wäre sehr nett. In meinem Asia-Food-Hall, falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, Schande über euer Haupt, aber das könnt ihr jetzt nachholen, habe ich nämlich erzählt, dass ich im Asia-Laden einen waschechten Sushi-Chef-Koch getroffen habe, der mir erzählt hat, wie man den perfekten Sushi-Reis auch zu Hause machen kann. Deshalb hat sich Fai Paul nämlich von mir gewünscht, dass ich diese Tipps mit euch teile. Ha! Und das mache ich jetzt, obwohl er es wahrscheinlich gar nicht hier erwartet hat, in einem Video. Und zwar beim nächsten Mal. Natürlich freue ich mich wie immer über ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, sucht mich auch auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich freue mich. Gerade auf Instagram findet ihr jetzt Food-Blogs von mir bzw. was ich am Tag so esse. Wenn euch davon was gefällt und ihr wollt wissen, wie man das macht, rein in die Kommentare, schlagt es vor, es kommt alles in dieses Glas. Und ja, ich freue mich auf euch und auf eure Ideen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.